Hey, wo ist der Kerl, der hier in der Theke saß? Keine Sorge, Chef. Ich hab den Typ eben rausgeschmissen. Er macht uns keine Probleme mehr. Du hast was? Was sagst du dazu, mein Freund? Jung, freudig und druckfrisch. Untertitelung. BR 2018 Look at you, fucking drunk piece of shit. Go home. Go home to your mama.